ja leute wir sind gerade hier mitten in einem gewitter und das kommt jetzt hier richtig angezogen wenn man hier sieht so richtig starke gewitterzelle hier hinten bin ja gerade woanders zu hause hört richtig wie es rumpelt auch dort hinten geht es los alter das hat gerade geblitzt wahnsinn herrlich die witte wird auch zelle Oh Gott, geh mal rein. Scheiße. Ja, jetzt wird's dir auch unheilbar. Alter, ich geh mal hoch lieber. Ich geh mal hoch. Mach ich dann. Boah, das war ein Schlag. Aber was für einer. Alter. Ist ja herrlich. Den hab ich drauf. Ja. Aber das, was grad war, war ein Schlag. Wieder eh noch. Ja? Vielleicht ist Hagel dabei. Das ist ein Gewitter heute. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Oh, das hat grad wieder geblisst. Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Wahnsinn, dieser Blitz ist so heftig, ist wieder geblitzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, Alter, was ein Blitz. Boah, Alter. Hammer. Boah, Alter. Das sieht man nicht. Aber es war oberirdisch und unterirdisch. Boah, Alter. Oh, Alter. Oh. Boah. 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 jetzt geht es richtig los mit schiffen das rumpelt jetzt geht es los jetzt kommt Auguste jetzt geht es los mit schiffen 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 hier drüben blitzt jetzt geht es los mit schiffen jetzt geht es los mit schiffen jetzt geht es los mit schiffen und jetzt hat gerade richtig drinnen gewesen in gewisser August zu warten und jetzt hat gerade Oberirdische Blitze Oberirdische Blitze Oberirdische Blitze Oberirdische Blitze Ich hoffe es hat euch gefallen Ja, Däumchen raus